Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen zu dieser Videoandacht zum ersten Advent aus der Maria Magdalena Kapelle auf dem Kirchencampus in Wolfenbüttel. In diesem Jahr ist vieles anders. Wir können Gottesdienste nur sehr eingeschränkt feiern und die Konzerte zur Weihnachtszeit müssen ganz ausfallen. Mich schmerzt besonders, dass wir die vielen schönen Adventslieder in den kommenden Wochen nicht gemeinsam miteinander singen können. Aber lassen Sie uns das Beste daraus machen. Uns ein paar Minuten gönnen der Besinnung auf den ersten Advent. Hört Worte aus dem 24. Psalm. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört das Evangelium am ersten Advent aus dem Matthäus-Evangelium im 21. Kapitel. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen. Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer, sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und ersetzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohne Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Amen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, der November ist ein schwieriger Monat. Die Tage sind dunkel, kalt und grau und werden noch immer täglich kürzer. Wer im Wald spazieren geht, läuft durch Laubhaufen hindurch und an kahlen Bäumen entlang. Das ist schon in normalen Jahren ein echter Angang. In diesem Jahr kommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie hinzu. Private Kontakte und Familienfeiern sind stark eingeschränkt. Die Besitzer von Gaststätten, Restaurants, Hotels, Kinos, Tourismusunternehmen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, aber auch Schauspielerinnen und Schauspieler, Musikerinnen und Musiker und andere Kulturschaffende stehen vor großen wirtschaftlichen Problemen. Wer jetzt Arbeit sucht, hat es schwer, eine Stelle zu bekommen. Wie lange die Beschränkungen noch aufrechterhalten werden, wann Impfstoff kommt und wie lange es dauert, bis wir wieder zur Normalität zurückkehren, ist noch völlig offen. Wir werden bis ins Frühjahr hinein mit Einschränkungen leben müssen. Die Erwenzwochen stellen uns dabei in diesem Jahr vor besondere Herausforderungen. Eine Zeit, wie wir sie kennen und lieben, mit festlichen Gottesdiensten, schönen Konzerten, Weihnachtsmärkten, Adventscafés und Familientreffen, wird es jedenfalls in diesem Jahr nicht geben. Trotzdem sollten wir uns, so meine ich, nicht beklagen, denn vieles ist ja nach wie vor möglich. Einen Gottesdienst mitzufeiern in der Kirche, im Radio oder im Fernsehen, die Wohnung zu schmücken, am Adventskranz nach und nach die Kerzen zu entzünden und sich auf die eine oder andere Weise Zeit zur Besinnung zu nehmen. Besinnung, das ist etwas, das das eigene Tun und Lassen unterbricht. Man tritt zurück und nimmt sich selbst und sein Leben in den Blick. Und dabei wird einem ja immer beides bewusst. Was mir das Leben an Glück beschert und was es auch mir an Lasten auferlegt. Was mich froh stimmt und was mich traurig macht. Wo alles in Ordnung ist und wo ich eigentlich etwas verändern müsste. Vor allen Dingen aber weitet sich durch die Besinnung der Blick hin auf das, was andere von mir brauchen. Es ist deshalb kein Zufall, dass gerade am ersten Advent in jedem Jahr die Aktion Brot für die Welt eröffnet wird. Unter diesem Titel sammelte die Evangelische Kirche im Jahr 1959 zum ersten Mal Geld für 12 Millionen Menschen in Indien, die unter einer Hungersnot litten. Heute leistet Brot für die Welt in über 1300 Projekten in vielen Ländern der Erde Hilfe zur Selbsthilfe in Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen. Neben der Ernährungssicherung werden Maßnahmen in den Bereichen Bildung und Gesundheit, Demokratie, Menschenrechte, Gleichstellung von Mann und Frau und Umweltschutz gefördert. Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto Kindern Zukunft schenken. In vielen Ländern des Südens leiden vor allem die Kinder unter den Folgen der Corona-Krise. Millionen von ihnen fehlt die Chance zum Lernen. Sie leiden unter Eingesperrtsein und teilweise auch unter häuslicher Gewalt. Und dazu kommt die große wirtschaftliche Not, weil den Eltern das Einkommen weggebrochen ist. Dabei ist eines sicher. Wo der Zugang zur Bildung wegbricht, da ist die Zukunft der Kinder gefährdet. Brot für die Welt unterstützt deshalb zum Beispiel in Paraguay Straßenschulen bei der Bereitstellung von Mahlzeiten, auf den Philippinen und den Sierra Leone fördert sie Familien, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Damit Kinderarbeit nicht mehr nötig ist und ein Schulbesuch möglich wird. Es ist gut, wenn wir in diesen Wochen nicht um uns selbst kreisen und das, was uns zu schaffen macht, sondern wenn wir den Blick nach außen richten. Menschen auf der ganzen Welt brauchen unsere Hilfe. Ich bitte Sie sehr, unterstützen Sie in diesem Jahr in besonderer Weise die Aktion Brot für die Welt durch Ihre Spende. Ich wünsche Ihnen trotz aller Einschränkungen durch Corona eine gesegnete Adventszeit. Bleiben Sie behütet! Lasst uns beten. Wohin du kommst, Gott, da kehrt Frieden ein. Da werden Menschen verwandelt zu hoffen und zu lieben, sich zu freuen und sich geborgen zu fühlen. Darum bitten wir dich, komm auch zu uns. Komm zu allen, die erschöpft sind und abgestumpft, die nicht mehr an deine und unsere Liebe glauben können. Komm auch zu uns. Komm zu allen, die einsam sind, die sich nicht mehr freuen können, die keinen Menschen haben, der ihre Fragen teilt. Komm auch zu uns. Komm zu allen, die ratlos sind und verzweifelt, die leiden und keine Hoffnung mehr haben, die sich ausgestoßen fühlen und nach Gemeinschaft sehnen. Komm auch zu uns. Komm zu den vielen alten und jungen Menschen, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen, die nichts mehr mit sich und der Welt anzufangen wissen, denen alle Lebenschancen genommen sind. Komm auch zu uns. Komm zu allen, die in Streit und Unfrieden leben, die grausamen, sinnlosen Kriegen ausgeliefert sind, die hungern und frieren und obdachlos sind. Komm auch zu uns. Komm zu uns, die wir uns danach sehnen, dein Lob mit einem Munde zu singen. Lass deine Liebe in uns Gestalt gewinnen. Komm auch zu uns. Komm zu uns und erfülle uns mit deinem Frieden. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Gemeinsam beten wir miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun in die kommenden Wochen der Adventszeit unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. G´zej, Lassen, Weißen Wirkst~~~ Du weißt, Haar Ducidores Sald...' Dieser Geniuses,